Drei, zwei, eins und go. Go. Hoffentlich werden wir jetzt nicht teleportiert. Äh ja, wir sind kaputt an. Ja, doch. Ja. Ich bin... Ich bin... Ich bin... What the fuck? Ich seh ganz... Äh, okay. Wir sind in der Augenblick und... Ja, wollen wir... Lass mal ganz kurz an die Kiste. Warte, wo ist die? Digga, was ist hier los? Warte mal, wir fehlen irgendwie nur so drei Level oder so. Soll ich kurz die Pigments kehren? Vielleicht reicht das. Nein, 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 mach nicht Digga, das sind zu viele. Ich kann mich doch zwei Blatt hochbauen, dann können wir mich nicht... Warte. Ich guck kurz, was ich brauche, nicht abbauen. 26 für meine Schuhe. Ja, okay, ich glaube, das ist... Dann machen die Blatt deine Hose. Ja, komplett von vorne jetzt, oder was? Ach so, du gehst von vorne. Ja, okay, dann... Aber ich glaube, man macht das 26 Level, also... Warte, geht relativ einfach, warte, warte, warte. Haben wir hier Bücher drin? Äh, nee. Was bekomme ich denn hier drauf? Ich bekomme gerade keinen... Hast du jetzt angegriffen? Ja, wenn... Ich bin aber nicht sämlich mit Absicht. Stark. Ja, egal. Ja, passt schon. Da truste ich dir, dass du da nicht stirbst. Wenn ich hier sterbe, dann soll es so sein. Aber ich lass hier mal an. So, wie viel Level habe ich hier? Ja, wird scheinbar nicht so nicht viel sein. Du hast auch einen Power-4-Bogen, weil hier liegt auch noch einer drin. Der Sachsen. Ich brauche kein Level mehr. Ehrlich? Ja. Okay. Sollen wir direkt auf Äpfel gehen und sonst gehen wir gleich nochmal netter? Das war die Idee. Äh, also... Ich habe jetzt schon mal Full-Port 4. Stark. Okay, ja. Wollen wir sonst ein Piece noch eben tauschen? Dann haben wir ein bisschen Even-Stuff, weißt du? Oder... Ja, was hast du für eine Hose? Ja, das ist... Ja, normal... Achso, du bist ja Full-Port 4. Ja, dann... Ja. Da holen wir Hose. Das nehmen wir an Backup-Rüstung mit. Beide auf jeden Fall Schuhe und dann... Einer Chestplate, der andere Hose-Helm, oder? Äh, ja, Helm geht halt... Oh, jetzt habe ich zu dir was. Ach, stimmt, das macht Sinn. Ja, egal. Noch sind wir kein Fight. Soll ich das auch für extra Dias mitnehmen für Fights-Helm? Äh... Ja, macht was, I guess. Kann nicht schaden. Ich kann schon mit... Okay. Bleibt im Enden... Achso, wie viel Gold hast du? Äh, stimmt, das Gold. Wo ist das? Also ich habe einen Stack. Ja, ich habe gar nichts. Okay, wir können nochmal 8 Gaps machen. Okay, ja, ist ja geil. Ich habe 10. Oh, ich bin in den Scheiß reingerannt. Geil. Äh, ja, dann lass... Äh, ja, dann... Weniger Scheiß guter Stuff. Komm, das ist nachher... Okay, let's go. Achso, ich bin hier gar nicht mehr da, so in der... Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen vergessen. Mhm. Ähm, ich habe vergessen, ob die droppen. Ich meine, Birke war ja eben irgendwie so ein Problem, oder nicht? Ich bin mir gerade erstmal alles am Essen. Ich weiß es nicht mehr. Du hast, äh, Schafleisch, oder? Äh, ich habe Schaf, ja. Dann gewichte das, was ich jetzt aufgesammelt habe. Mhm. Äh, du hast Wein aber, ne? Ja. Dann ja hier und hier einen Block zurück. Ja genau. Wo? Achso, hast du mich schon gegeben? Lass mal einfach ein bisschen weiter gehen, bis wir keinen Druck mehr haben, oder? Ja, das ist doch vielleicht mal nicht so schlecht, weil wir jetzt nicht direkt am Spawn stehen. Dann können wir beeinflussen, ob wir direkt, wenn wir joinen, fighten wollen oder nicht. Och, Digger ist das scheiße. Ja, aber guck mal, wie wenig Leafs das sind. Hier ist auch übrigens schon Border. Ich weiß echt nicht. Hätten wir einfach irgendwann mal nachgucken sollen. Das ist doch safe, oder? Das war ein kurzer. Können wir sonst kurz ein paar Bögen Dinge abbauen und dann können wir es ja merken. Vielleicht wird jetzt Zeit jetzt, wenn es nicht droppt, aber passt schon. Mach mal, komm mal. Ja, wird schon. Also ich habe keine Ahnung, aber über C ist eben. Ja, da kann es aber auch geändert sein natürlich. Ja, ja klar. Aber wenn du das sagst, dann ist das schon mal ein guter Punkt eigentlich. Ja, aber da ändern die das immer. Da gibt es doch, glaube ich, jeder Baum. Aber da sind ja auch die Dropper, jetzt kommen wir das anders. Aber ja, irgendwas war da, glaube ich, mit irgend so einem Baum. Und es könnte sein, dass es halt Birke war. Und Fichte gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass Zauber halt auch gibt. Und wenn irgendeiner nicht gibt, dann muss es dann ja eigentlich Birke sein. Ja, ich meine nämlich auch. Also so viel wie ich abgebaut habe und das jetzt noch nichts gedroppt ist, würde ich mal weiter gehen. Ja. Ja, stimmt schon. Ja. Lass mal einfach weiter hier am Rand gehen. Da hinten ist gut. Der ist verrückt, wie schnell die Zeit geht. Stimmt. Oh, Digga. Ja, aber im Prinzip außer die Gaps haben wir jetzt doch gerade gar nichts mehr, um uns auf den Falt vorzubereiten. Also dann ist eigentlich auch schon, dass wir nur falten müssen, ne? Ja. Ich hätte halt gerne Enderperlen, falls du irgendwo Enderman siehst. Ja, das wäre halt noch mal echt geil. Weil ich jetzt gerade keine mehr habe. Wenn wir jetzt acht Äpfel bekommen, dann haben wir auch noch mal richtig gut Gaps. Dann können wir gegen die Leute mit Pots ankämpfen. Ja. Halt nur Fire Resi. Da haben wir echt Angst, ne? Und Sloan. Sloan ist echt ein richtig krasser nachgekläten Kampf. Ja, du kannst dann halt sowieso viel leichter gekombot werden. Was sagst du zum Milch im Inventar haben? An sich kein schlechter Call. Das wir halt nur aufpassen, dass wir dann halt gappen. Dass wir dann halt nicht direkt ne Milchding sind, ne? Ja, klar. An sich. Also wenn wir den Platz haben, dann eigentlich nicht schlecht, ja. Wollen aber halt auch erstmal nem Fighter zu kommen. Ja, stimmt. Aber falls wir mal die Situation haben, dass wir gerade ein bisschen gejittert sind. Oder falls uns jemand hinterherrennt oder sowas. Was wir grad mit Sloan ist abgeworfen wurden. Und noch kurz auf. Und ziemlich viel Leben sind. Dann macht ne Milchtränk glaub ich auch mehr Sinn. Ja. Einstatt mit Sloan ist wegrennen. Ja, weil damit können wir nicht wegrennen. Ja, genau. Ja, keiner joinet uns direkt nach. Das... Ich hätte ehrlich erwartet, dass... Eigentlich hab ich gedacht, 17 Uhr werden direkt Leute joinen. Oder die warten, bis irgendwer anders joinet, falls sie kämpfen wollen. Ja. Oder vielleicht haben Leute tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen Angst vor uns. Ja, es ist ja auch... Es ist ja immer noch dieses eine Duo... Aber hier ist ein Apfel... Es ist ja immer noch dieses eine Duo da. Was wir... Was echt geil wäre zu fighten da, ne? Äh... Wer waren die, die du auch angeschrieben hattest mal, aber die dann logischerweise doch nicht wollten? Hä? Ist mir... Ist... Achso. Oh mein Gott, der Apfel packt. Ich dachte gerade, der wäre irgendwie diszipliert. Die sind schon richtig gut. Ich hab grad drei. Ja, aber äh... Weißt du, dieses eine... Was noch einer? Oder was du auch einmal angeschrieben hast. Ja, Chimirano. Ja, genau. Ich weiß auch... Ich werd's dir jetzt nicht sagen. War ja grad Folge. Aber die wollen wen snipen. Und ich weiß auch wen. Okay. Und es sind nicht wir. Ja. Okay, aber... Ich hab sechs. Wie viel hast du? Mh... Einen. Einer wird jetzt hier eh noch droppen. Mal Crafting Table auf. Weißt du, was der eigentlich bei der Abstimmung wieder gewonnen hatte? Äh... Das glaub ich noch nicht durch, aber... Sonntag... Äh... 20 Uhr ist glaub ich am besten. Okay. Gib mir deinen einen Apfel. Ah ne, ich hab schon acht. Okay, du hast ihn aufgehoben. Okay. Achso, und jetzt... Ja. Ja, okay. Ja, ne, weil... Ich denk aber... Äh... Ein Apfel. Ein Apfel. Äh... Äh... Ja, was sollen wir sonst machen? Wenn du vorher jetzt joint jemand und steht direkt am spawnen. Ja, dann... Weg mit denen. Ja. Kann man eigentlich Eier aufheben? Kann man. Kann man auch werfen. Ich würd doch echt mal... Jetzt werd ich dafür gebannt. Was darf technisch so die anderen haben? Also ob die auch Full-Prot-4 haben gefühlt, weil... Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht einschätzen. Ja, Full-Prot-4 holen ist jetzt unser Call. Hier liegt überall Schafsfleisch jetzt. Macht nicht auf. Ja, aber ob ein anderes Tier schon so weit gekommen ist... Keine Ahnung. Also... Ich glaube, Justin und so hatten nicht den so krassen Flach. Also die haben schon viel geüster, aber... Ein Full-Prot-4 Dingsland, die glaub ich nicht. So... Okay, okay, okay... Jetzt ist die Frage, ne? Man konnte nämlich mal... Ja, also ich würd einfach reingehen und Level farmen. Das Prot-2-Buch nehm ich mal mit. Und sonst sieht mein MRT gut aus. Gut aus. Also ich farm dann halt für sich Level, ne? Ja, du kannst ja auch für dich noch was farmen. Okay, was soll ich denn für mich farmen? Keine Ahnung. Farm Level? Kannst Prod-5... äh... Kannst Power-5 machen? Kannst Sharp-5 machen? Kannst... Ja, aber das dauert halt alles so lange... Dein letztes Prot-4-Teil machen? Leck das, Ticker. Stimmt, ist ein Prot-4-Teil. Lass mal die andere Richtung gehen, oder? Da steht ein Anvil. Äh, ja. Warte, nicht draufklicken. Ist nix. Nimm mich mal mit. Ich bin immer noch ein bisschen in Angst davor, haben leider zu freuen, aber... Ich weiß auch gar nicht, wo wollen wir lang bauen. Wirst du da rüber gehen? Weil was bringt das? Da rüber gehen, wo Justin und so gelatscht sind. Ist einfach irgendwo lang gehen jetzt. Da hinten sind wahrscheinlich... Da hinten sind wahrscheinlich so viele, aber wir müssen halt einfach jetzt ein bisschen kurz finden. Naja, die Richtung da sind dir und unser Garant. Also zumindest seit hier rein sind vor vier Folgen. Die sind wahrscheinlich mittlerweile maximal gar nicht mehr hier. Nur Justin ist in diese Richtung Garant und der ist mittlerweile nicht mehr im Nether. Bisschen, aber da sollte ich da reingehen. Ja, dann lass mal probieren, weil wir gleich immer noch eine Folge machen, dass wir am Ende von der nächsten Folge aber nicht mehr im Nether sind. Ja, ja, ja. Safe, safe, safe. Das Problem ist, sonst können wir halt jetzt gerade nix machen. Ja, ja, genau. Wir können Dias farmen und uns eine gute Backup-Ressour machen. Wer ehrlich, wahrscheinlich sogar der beste Call, aber so Lust drauf. Naja, was macht mehr Spaß? Jetzt Quartz farmen oder das? Ja. Wir können das machen. Ja, mit Quartz farmen muss dann ja eh direkt hinterher für bessere Dings aber... Zwei Piece spare würde mir schon reichen. Oh, hier ist auch direkt die Bordern. Also viel mit Quartz fahren wird das hier aber auch nicht mehr. Ja, ich sehe, ich sehe. Also ich habe jetzt hier nochmal diese zwei Dinger hier oben an der Decke, aber sonst wird das hier auch geil. Ich werde gleich wieder zurückgehen eigentlich. Hier ist nichts. Und spätestens jetzt wird das auch mit der Idee, die ich hatte mit Quartzens Festung dahinten latschen und nichts mehr. Naja, dafür ist die Bordern zu klein. Ja, das wäre sonst echt eine richtig geile Idee gewesen. Da hätten wir wahrscheinlich wirklich was gefunden. Ja, naja, müssen wir ohne Potts. Dann, jetzt wo Staff-technisch wir eh ziemlich even sind, ist wahrscheinlich das erste Team, was zu fighten Sinn macht, Kahn und so, ne? Ich bin ehrlich, ich habe vor keinem Angst außer vor Kahn. Warum? Die haben doch nicht bestens Staff als die anderen dann, oder? Ich weiß einfach nicht, wozu die capable sind. Ich habe keinen Fight von denen gesehen, aber die haben halt Potts, die haben wahrscheinlich guten Staff. Ja, gut, das stimmt. Vielleicht vermissen wir mal die, weil die haben ja Kills gemacht. Vielleicht könnten wir uns mal angucken, wie die gefeiertet haben und so, damit wir ein bisschen Plan haben, was uns erwartet. Ich gehe jetzt einfach auf meine krassen Boots. Äh, bis dahin. Ich bin ein bisschen weiter, ich habe mich nach oben gebaut und da war ein Höhlengang so, basically. Immer noch Richtung Norden oder bist du Richtung Osten ein bisschen abgefogen? Osten. Osten, okay. Okay, aber hier ist nichts mehr, ich gehe jetzt eh zurück. Ich bin gerade in so, als ob hier Höhle wäre. Ja. Ich weiß nicht, wenn hier nichts ist. Ja, vier Minuten haben wir nur noch. Was? Ja, wir haben die Folge jetzt auch echt verschwendet, aber was wollen wir auch machen? Keine Ahnung. Was verschwendet würde ich es nicht nennen, wir haben unsere scheiß Gaps jetzt nochmal erweitert. Ja, wir sind ja schon fight ready, ne. Das verschwendet ist anders, aber so sehr produktiv ist auch anders. Also ich laufe hier gerade irgendwie ein bisschen verwirrt rum und weiß nicht, was ich machen soll. Ja, Level. Ja, ich suche hier schon noch. Ich sehe dich da. Den Fallschirm wollte ich nicht kursieren. Was abgeformt ist. Als jemand joint, oder jetzt gleich in der nächsten Folge joint, dann gehen wir sofort aber aus und der da raus, oder? Ja, auch. Ich habe jetzt übrigens 18 Level. Mir fehlen, also ich muss 26 Scherben. Ja, dann kommen, äh, kannst du halt diesen Berg hier hoch? Hier hinten ist gerade eine Köln, die wollte ich ja eigentlich gerade ablaufen, aber das macht mehr Sinn, wenn du das jetzt glaube ich applauden. Und dann sollen wir wirklich auf Schwert gehen. Wir können halt, ich bin ehrlich, wir können unsere zwei Schwerter zusammen craften und ein weiteres Scherb 4 kriegen wir hin. Weil nur die Frage, ob wir Firespeck. Ja, wahrscheinlich kriegen wir es auch drauf. Firespeck ist halt schon echt extrem wichtig. Brauchen wir das Ding da oben. Und Schwerte wird halt nochmal viel viel länger brauchen. Also das würden wir auch in der nächsten Folge definitiv nicht schaffen. Ja, ich weiß ja gerade nicht so genau. Und dann hätten wir halt im Worst Case Szenario beide keinen Firespeck Schwert zum Massenaufnahme. Wenn wir nach der Massenaufnahme noch leben und dann noch eine lange Zeit haben und so, weil gerade niemand fighten will oder so, dann können wir es mit ihm machen. Aber vor der Massenaufnahme jetzt nochmal so ein Ding zu machen. Und nach der Massenaufnahme geht das nicht mehr lange. Da muss ja wirklich jeder eigentlich fighten. Hier ist gerade gut was. Ja, ich würde dann bei der Massenaufnahme dann auch erstmal gucken, dass wir chillen einfach ein bisschen. Wenn wir sehen, dass zwei Duos fighten, dann gehen wir einfach rein, oder? Ja. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Weil wenn alle Leute fighten, dann als erstes ein Fight anfangen, ist das vielleicht nicht die aller schlauße Idee. Deswegen würde ich dann nachher einfach warten, dass andere fighten und dann auch wieder nach dem gehen. Ja, das ist echt die Frage. Gehen wir dann auf den, der mehr aus dem Maul bekommt, damit das stört? Gehen wir dann auf den, der besser verteidigt, damit... Verziehen wir dann. Das Ding ist, wenn wir halt dann noch abschauben, dann kann halt noch ein nächstes Team kommen und dann wieder uns abschauben. So, Massenaufnahme ist gefährlich. Ja gut, aber... Wenn wir fight kommen, dann... Mach auf, lassen wir uns halt einfach in die Massenaufnahme reingehen, ne? Ja. Oder Massenaufnahme, einfach chillen, dass die anderen sich killen. Ja... Ne, ne, ne. Wir brauchen ja auch dann wieder den Fight. Ja, also so dringend brauchen wir ihn jetzt auch nicht, aber langsam schon dann doch, ja. Obwohl ich nicht glaube, dass diese Blutregel uns jetzt nochmal irgendwann... Da waren zwei, Digga. Auf wieviel Level bist du? 22. Einstück? 22. Ja, hier... Über mir. Ist hier nochmal zwei oder so. Achso, das ist dann nochmal, ja. Ist halt die Frage, ob ich das jetzt noch schaffe. Ja, ich glaube mit den Leveln könnte ich auch einfach ein Power 5 machen. Was kostet das? Stimmt. Warte, du hast dein Power 4 im Inventar, oder? Ja. Guck mal noch hier. Ey, denk nicht mal dran. Komm nur. Verkaufen, dass der Name wegkommt davon. Pfff. 29, 31. Weil der Unbreaking hat. Aber in der Kiste ist noch einer ohne Unbreaking. Ja. Ich will meinen Bogen auch genauso behalten. Ich bin ehrlich... Oh, ich dachte gerade jemand wäre gescheint. Ja, also du kannst richtig Power 5 fahren dann. Ja, ich bin ehrlich, ich glaube das können wir tatsächlich sogar machen. Ja, ich glaube das macht da noch mehr Sinn als ein Dings Piece, oder? Ja. Ja, doch. Mein Bogen ist ja gut. Ja. Ich weiß. So, okay. Ach, wir sind jetzt nicht... Okay, geil. Dann machen wir jetzt noch das eine Power 5 und dann gehen wir raus aber auch, oder? Ja, ja. Dann würde ich sonst nochmal anfangen.